Applaus Ja, jetzt kommen hier immer noch Überraschungen an. Wir haben ja hier schon überall Schirme zu ringen. Das ist eine Gruppe, die fast wöchentlich vor dem roten Rathaus steht. Und auch für Unterdrückte kämpft. Und sie wird immer wieder frei, ja. Aber nach einer halben Stunde sind sie wieder da. Und heute ist sie gekommen und zeigt uns an Leuten ihre Solidarität. Und auch dort, komm mal nach vorne. Wir haben ja mehrere Schirme hier, alle, wir bleiben alle. Und bis der Bagger kommt. Und also noch mal schönen Dank für eure Solidarität. Und wir wünschen euch gegenseitig Glück und Erfolg. Und Hochachtung, ihr seid besser als die Jugendlichen. Ja, erst mehr drauf. Na ja, weiß ich nicht. Also wir haben ja in dieser Zeit vielleicht noch viele Bekanntschaften machen müssen mit ehemaligen Hausbesitzern, die aus ehemalchem West-Berlin sind. Die sind natürlich in der Zeit zahmlos geworden. Und aber sie begründen oder haben natürlich uns auch bewundert in unserem Alter. Aber Alter oder diese Aktion kennt kein Alter. Und wir fühlen uns auch noch nicht so alt, wenn wir alle sagen, die Seniorinnen und Senioren. Wir sind hinausende Bürger und Bürgerinnen der BAD wie alle anderen, haben unsere Träume und Wünsche. Und wir möchten einfach auch nicht zur Seite entdeckt sein. Wenn wir nicht mehr können, sind wir von ganz alleine. meant dafür. Von klaar und klar. Vielen Dank. Bedeut. Vielen Dank. vieler, die vraiment aufzuberem.